Das ist gut genug für den PC. Hier, die Melanie ist schnell already, ne? HTC! Wo ist da hinterher? Kabel? Probier mal. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt halbende... Die Spannungen sind ja... Was sagst du? Das ist so cool! Ja, das ist echt besser als GTA! Also, unser Roboter fährt ja prima durch die Reihen durch, ne? Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Gehen wir aus dem Licht! Also, das ist etwas schwierig zu steuern, mit dem... dass der so ein bisschen träger ist. Mit dem zurückstehen. Passt schon. Und jetzt noch eine Lider drauf, dass wenigstens so gut ist. Also, das ist Maximalgeschwindigkeit und ich finde ich echt okay. Ja, wir können es noch höher stehren, dass der Motor knapp mehr ist auf der Grenze. Aber wie gesagt, lieber langsamer als schneller. Also, Geschwindigkeitssdenken ist deutlich mehr. Ja, ja. Aber die Servus passen eigentlich von der Geschwindigkeit. Ich hab schon Angst, dass die Bremservus nicht passen, aber die Geschwindigkeit ist ja voll in Ordnung. Meinst du mit Servus, die... Ah, Link Servus. Ja, nach hinten. Oh, oh, oh. Versuch mal zu wenden. Also... Jetzt aus der Reihe die nächste halt. Ja, das ist doch... Ja, haben wir doch gerade hier. Auf Einschwung. Ja, genau. Hoffen, dass der Kot besser fährt als du. Der hängt. Der Reifen hängt. Die Achse hängt. Die vordere Achse ist das. Äh, in der Pflanze drin oder irgendwie anders? Ne, ne. Die, die letzte, die wir jetzt weit bestellen. Okay. Die, die wir jetzt mal... Ja, hart oder... Ja, hart. Das guck mal gerade. Kann ich aber am besten aus der Reihe raus. Ja, ein Pflanze. Ne, die lässt sich nicht mehr steuern die Vordere. Also das hintere bewegt sich ja noch. Aber vordere nicht mehr. Ist das irgendwie der Akku oder so? Da haben wir einen Gradausfall. Akku, dann muss es sein. Es kann sein, dass sich so das Rücken irgendwas freigewelt wird, dass ich mal schauen muss. Ja, vielleicht Grafheimer oder so was. Kabel auf dem Feuer wird ein Rad drin. Das ist immer so schön. Ja, das ist immer so schön.